Das passt schon. Das schaffen wir! Let's go! Viel Spaß! Wasp! 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 Ui! Oh, wasp! 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 Weiter! Oh, wasp! Wasp! Oop! Let's go! Oh, mein Fuß! Wasp! Das war der kleine Sprung, den ich eben schon vertreckt habe! Das war der kleine Sprung! also macht jedenfalls spaß scheiße wow, so nice, aber richtig rough let's go inside outside okay, a darts kleiner kupple no footer eh, one footer tschuldigung bisschen flow alter, sieht das geil aus macht schon spaß mit dem trail runter zu fahren alter, sieht das abgeschüllen aus und weiter geht das geschepper guck 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 gu Ah, das ist doch... Ah, das ist doch... oh shit hohoho nice hochziehen hat er gesagt nicht drauf runterziehen egal ah verblockt scheiße yo inside 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 outside outside alter line choice kurz line choice muss hier grad mal gucken wir hier am besten runter los 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 oh, wer, ah, feurer, tschuldig ah, headshot nehmen können Okay, warride Schnellig kurze schnauze pause alter meine holster kann man eigentlich oben bleiben zweite crash die scheißleine erwischt man merkt schon ich bin ziemlich müde dann kommen wir nicht hier auf das road cab ja das hast du mit drop gemeint oder? hier sind noch so zwei davor drei dropbatterie links klein rechts groß so dann lass mal angucken oder? ja und den kleinen kann man nicht direkt durchzünden ja wir gucken nach dem großen wollen wir anhalten da? ja ich wäre schon fast in die dh wieder rein gefahren der sieht eigentlich machbar aus ja ist der auch also doch schon irgendwann mal ja der große ist philip ja der ist schon ick ja dann weiter gehts oder? Servus! Untertitelung. BR 2018